Was macht ihr als Torwart? Wahrscheinlich schon das 15. Mal. Und in welcher Funktion seid ihr schon dabei gewesen? Also immer Torwart. Und was macht ihr als Torwart? Ich schaue, ob ihr einfach durchkommt. Der Zeit, glaube ich, mehr oder weniger. Was ist so das Erlebnis, das ihr euch am besten erinnert in den letzten 15 Jahren? Ja, es ist eigentlich immer die Atmosphäre und man kennt oder trifft immer die coolen Leute. Ja, das ist wirklich wie eine Familie. Es ist nicht nur helfen. Es ist einfach der Event, genau. Und euch greift es selber zu fahren jetzt noch nie? Ja, also ich liebe Skifahren, aber so gut bin ich nicht. Ich traue mir einfach nicht.